wieso hier sind doch plump helmets drin ist tacked by a task it will not use by other tasks okay es ist sommer wir haben wieder ein mandant im mandat was verbietet er denn figurins und schilde an ambush course all threats of nature an ambush ja was feindliche elfen elfen invader okay das ist nicht gut an dem museum wie kann ich alarm schlagen okay 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 holt den anderen lever auch gleich okay hier bewegt euch dahin oh trauen scheid has been found dead alive force of darkness has arrived und also die Okay, ihr bewegt euch mal dahin. Wir gucken mal, wer ist denn da so alles unterwegs? Elfboblen und Goblins. Wir gucken mal, Also Fischer wird vermisst, wir haben ein Dwarvenscheid verloren und ein paar Bowmans sind an die Goblins gestoßen. So, das heißt, wir könnten jetzt mal den Lever pullen. Ja, Goblin Bowman, die sind fighting. Ähm, wo kommst du denn her? Und ganz blöde Frage, wo sind denn die beiden noch? Okay, die ziehen ab. Gut. Gut. Ich kann die Tore erstmal wieder öffnen. Und da wurde er im Backdoof. So. Womit. Diplomacy. Oh, much to discuss. There is much to share. Und das war's auch schon. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wirklich hier größer machen. So. Und den können wir dumpen. Und dann brauchen wir... Oh, eine Caravan hat survived. Human Caravan. Mhm. Okay. Ähm. Mock Coffin. Machen wir mal sechs. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich jetzt ausgegraben. Eins, zwei, drei, vier. Also vier hier. Und dann noch... Ja, okay. Dann können wir zehn machen. Mein Hauptproblem ist immer noch das Trinken. Okay. Ich baue jetzt meine zweite Destille. Workshops. Farming. Destille. Hier hin. Egal aus, was die jetzt bauen. mir gerade. Bin's. Okay. Finished. Guts. Haben wir noch einen Finished Guts? Ja. Den da. Den da. Und den da. Und den da. Oh. Da sind noch Finished Guts. Ich hoffe, die haben Trinken oder was ähnliches. Und Finished Guts. Finished Guts. Finished Guts. Und ich glaube, ich, äh, sag dem Quoftsdorfs Workshop mal, dass er das pausieren kann oder abbrechen kann. Und, äh, work order. Gib mal. Wunden Bowls wieder zehn Stück in Auftrag. Höh. Diplomacy. Ja. Make Requests. Äh, brauchen wir gerade nicht. Need for Seeds. Mhm. Ich habe immer noch viel zu viele Bins. Hm. Was ich vielleicht noch in Auftrag geben sollte, sind Barrels. Zehn Stück. So, traden wir mal. Oh, Platinbarren, die nehme ich. Glas nehme ich auch gerne. So, Iron, Bronze und Kupferzeug können wir dann später einschmelzen. Bier. Ich nehme alle eure Barrels. Latschzeug brauche ich nicht. nicht. Kloff brauche ich gerade auch keins. Nahrung brauche ich gerade auch einfach keine. Nee. So. Pflänzchen, aus denen ich was brauen kann. Die nehme ich gerne. Und das sind Plants. Die müsste ich erst processen. Ich nehme eure ganzen Bolzen. So. Und dann werfen wir mal von unserer Seite. Ist hier irgendwas drin, was wir nicht kaufen sollten? Nee. Sieht nicht danach aus. Also werfen wir einfach gleich den ganzen Bin rein. Und den ganzen Bin. Und Trade. Gut. So. Wir haben eine Distille. Eine zweite. Da wird jetzt auch Zeug von Plants produziert. Wir haben direkt eine Dauer. Und die dritte. Und die dritte. Und die dritte. Und die dritte. nach oben, das finde ich gut. Migrants sind eingetroffen, hm. Animal Caretaker, Beekeeper, Tenor. Ja, ich werde demnächst mal aus den Leuten, die ich nicht so sehr brauche, so, ich wäre dann auch froh, wenn meine beiden Buhr dann buhen würden. Ja, ich werde demnächst mal aus den Leuten, die ich nicht so sehr brauche, so sehr und ja, die engraved Sachen hier sehen langsam immer schicker aus. Ja, ich werde demnächst. Ja. 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 Missing ist gerade niemand, oder? Oder nein? Warum auch immer die Sweetbots sieht es hier gelagert werden. Ich hab dir doch gesagt, die sollen da gelagert werden. Ja. Caveweed, Dimplecup, Pigtail, Plum Helmet, Rocknuts, Sweetbots, ja. So, dampen wir auch mal die Steine, die hier so rumliegen. Aber Gott sei Dank sieht es danach aus, als ob langsam sich unser Trinken erholt. Jetzt, wo wir zwei Bua und zwei Destillen haben. Ihr kriegt auch langsam wieder Bolzen zusammen, was auch gut ist. Wahrscheinlich, weil ich gerade noch Bolzen herstelle.